Hallo Modellbahnfreunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und heute kommt endlich wieder ein Video und hier geht es um den neuen MOBA-Raum, der sich hier hinter diesem Wald befindet. Den Raum habe ich ja komplett in einen größeren Raum reingebaut und der neue Raum, der hier entstanden ist, hat eine Länge von 5 Metern und eine Breite von 3 Metern. Das hatte ich ja schon im Gleisplan-Video gesagt, dass meine Anlage quasi ja in einer neuen Räumlichkeit gebaut werden wird. Ja, und diesen Raum habe ich jetzt ja in den letzten 4 Wochen gebaut und von außen ist er jetzt quasi fertig. Und da werde ich jetzt im Folgenden so ein paar kommentierte Baubilder zeigen, wie dieser Raum entstanden ist. Und danach sehen wir uns nochmal wieder und gehen natürlich in den neuen MOBA-Raum auch mal rein. Also viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Aber fangen wir ganz von vorne an. Hier sehen wir den Raum, wie er quasi ja zur Verfügung stand und wo ich mir hier quasi meine 5x3 Meter abzwacken konnte. Und hier nochmal der Blick aus der anderen Seite. An dieser Dachschräge hier zwischen Säule und Dachschräge wird dann später der Eingang in dem Raum gebaut. Ja, und los geht das Ganze mit einem Ständerwerk, was ich hier aus 54er Balken gebaut habe. Da habe ich 3 Meter lange Balken genommen, damit ich hier quasi durchgehende Balken hatte. An den Senkrechten und da ich es nicht am Boden verschraubt habe, weil ich hier eben nicht in das Laminat und in den Boden schrauben wollte, habe ich das über die Seiten im Prinzip ja steif geschraubt sozusagen. Ja, hier sieht man jetzt das äußere Ständerwerk von den beiden Wänden und man kann jetzt auch schon sehen, wie der Raum sich hier mal abgrenzen wird. Und hier jetzt weitere Verstrebungen, damit das Ganze ja auch stabil wird. In diesem Bild kann man sehen, dass die Verkleidung des Ganzen jetzt mit USB-Platten gemacht wird. Das sind USB-Platten in 18 mm Stärke und ja, die werden mit Nut und Feder quasi immer einander gesetzt. Das ist wie Laminat verlegen, das Ende, was man hinten abschneidet, mit dem fängt man dann vorn wieder an und hat hier quasi gar keinen Verschnitt groß. Und ja, hier ist jetzt die erste Wand schon mal fertig. Und so sieht das Ganze von innen aus. Von innen wird das Ganze natürlich dann auch noch verkleidet. Aber hier sind wir schon mal das erste Mal quasi im neuen MOBA-Raum. Ja, hier kann man jetzt noch die nächste Wand sehen, die hier entstanden ist, quasi die zweite Wand. Und hier das Ganze auch noch mal von innen. Ja, jetzt haben wir hier natürlich noch eine Lücke, die entsprechend zugemacht werden muss. Und da muss eine Tür hin. Und das Ganze habe ich jetzt so umgesetzt. Wir sehen auf dem rechten Bild, wie es von außen aussieht. Und auf dem linken Bild, wie das Ganze von innen ausschaut. Und hier ist jetzt dann auch alles verkleidet und auch die Tür ist entsprechend reingekommen. Gehalten wird das Ganze dann später unten von einem Magneten. Ja, damit das Ganze von außen noch ein bisschen schön wird, habe ich hier diesen Bereich und auch den Bereich von der Tür sehen wir dann noch tapeziert in weiß. Ja, hier sehen wir die Tür. Das ist allerdings noch nicht endgültig final. Da muss die Tür noch ein bisschen ausgeschnitten werden. Die äußeren Seiten sind hier dunkel gestrichen worden. Da habe ich später noch was vor, um das Ganze so ein bisschen unsichtbar zu machen. Also die Tür zumindest. Ja, und hier sieht man den Bereich der Tür nochmal dunkel gestrichen. Und auch unser Kater Charlie hat das Ganze für gut befunden abgenommen natürlich. Und ja, jetzt kann es weiter gehen. Der mittlere Bereich sollte hier ein bisschen, ja, wenn man in den Raum kommt oder in diese Etage kommt, ein bisschen eine Tiefenwirkung kriegen. Deswegen habe ich hier eine Fototapete mit einem, ja, nebligen, im Nebel getauchten Waldbild tapeziert. Und hier ist es jetzt quasi komplett fertig tapeziert. Ja, und jetzt kommen wir zu den Leisten noch, die auf die dunklen Bereiche auf, ja, genagelt werden sollen. Und da habe ich ja auch wieder OSB genommen, die 18 mm Platten, habe hier 5 cm breite Streifen geschnitten. Diese dann mehrfach weiß gestrichen, damit das Ganze eben ein bisschen schön aussieht. Und die sind jetzt hier an diese dunklen Bereiche immer im Abstand von 5 cm, also 5 cm breite Leiste, 5 cm breiten Spalt. Ja, drauf genagelt wurden hier der Bereich von der Tür. Das ist hier an der Stelle noch nicht ganz fertig. Und hier sieht man jetzt, wie quasi alle Leisten draufgekommen sind. Auch der Schrank ist hier das erste Mal, ja, ordentlich an die Wand herangeschoben worden. Das ganze Werkzeug ist weg. Hier sieht man nochmal den Bereich, ja, wo die Tür drin ist. Und wie man sieht, sieht man die Tür quasi nicht mehr. Und so schaut es dann aus, wenn die Tür aufgemacht wird. Ich habe auch, dass die Latten quasi von oben direkt mit an der Tür dran sind, dass wirklich kein Spalt ist, wo irgendwo die Tür zu öffnen ist. Ja, und so das finale Bild. Hier sind nochmal die Leisten alle, also die Übergänge und die Nagellöcher verspachtelt wurden. Im Übrigen habe ich dafür die Bergswerk-Spachtelmasse genommen. Die funktioniert für diesen Zweck auch wirklich einwandfrei. Es gibt keine Risse, nichts, schlechtes Schuppe überstreichen. Also auch hier ein Tipp. Beim Bauen kann man auch so Modelliermassen, Modellbaumassen, Spachtelmassen nutzen. Ja, der Schrank hat hinten noch so eine indirekte Beleuchtung bekommen. Und hier nochmal der Blick von der Tür sozusagen, vom Eingang, den man hier quasi ja nicht mehr sehen kann. Ja, und jetzt stehen wir hier quasi ja vor dem Eingang. Und wie wir ihn sehen, sehen wir quasi, dass man keinen Eingang sieht. Und das war natürlich so gewollt, dass das so ein geheimer MOBA-Raum wird, dass man nicht gleich auf den ersten Blick sieht, dass sich hier dahinter nochmal ein Raum befindet. Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Dazu machen wir die Tür hier einfach auf. Und ihr seht, die Leisten sind quasi, gehen von oben komplett mit auf. Und ja, und so kommen wir jetzt in den Raum rein. Und da kommt er jetzt einfach mal mit. Ja, und jetzt sind wir drin im MOBA-Raum. Und ja, in diesem Raum wird dann in Zukunft die neue Modellbahn gebaut. Die Tür, die kann man dann von hier wieder schön zuziehen. Da habe ich unten einen Magnet dran gebaut. Und dann ist hier auch, ja, bin ich hier auch wieder quasi für mich. Und ich zeige jetzt mal einmal den Schwenk. Durch diesen Raum ist noch nichts Besonderes. Im Inneren hier ist im Übrigen auch noch im Bau. Also hier muss ich noch die Wände natürlich verkleiden. Die sind noch, ja, im Rohbau. Hier muss auch noch eben OSB-Platte, 18 Millimeter, komplett einmal alles verkleidet werden. Aber mein Arbeitstisch, den ich hier oben habe, den habe ich hier jetzt schon hingebaut. Ihr seht, ich habe auch ein Fenster. Und hier unten ist auch noch eine Heizung. Also das ist wirklich ein kompletter Raum. Und mit allem, was eben dazugehört. Und jetzt schwenken wir noch einmal rum, rum hier. Ja, jetzt ist die Kamera gedreht. Ihr steht jetzt quasi am Eingang an der Tür. Und so kommt man, dann sieht man den Raum, wenn man quasi in den Raum reinkommt. Ihr seht hier auch noch mal die Steintapete, die quasi, ja, im Bauvideo in den besprochenen Bildern auch zu sehen war, des Öfteren. Und hier wird dann quasi die Modellbahn im U eben entstehen. Das ist der aktuelle Stand von meiner neuen MOBA, also der noch nicht existierenden neuen MOBA. Der Raum ist jetzt erst mal so weit grob fertig. Das Verkleiden hier in der Wende, das geht jetzt noch mal recht fix. Das ist kein großer Act. Und ja, das war's vom Bau meines geheimen MOBA-Raums. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und sage Tschüss und Bye-Bye. Vielen Dank. Vielen Dank.